Hallo zusammen, mich hier ist wieder Heutelah und heute bin ich wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar gibt es heute wieder so einen kleinen Toy Guide. Heute geht es um ein Toy, das wir hier in einer Kiste bekommen können. Wir befinden uns nämlich hier einmal in der Bastion und dort sind wir hier oben bei den Koordinaten 70, 36. Hier kommen wir hoch, indem wir einen Teleporter nehmen. Und zwar haben wir hier in dem unteren Bereich, wenn wir hier drüber fahren, habe ich einen Add-on, das nennt sich Handynodes Shadowlands. Das zeigt uns auch den Transporter an. Heißt, hier unten ist ein Transporter, da klicken wir drauf und dann landen wir hier oben. Besser gesagt, wir kommen hier an dem Transporter raus und können dann hier zur Kiste nach rechts rumgehen. Jetzt kann ich nochmal runter gucken. Also hier vor der Statue, beziehungsweise hinter der Statue, ist dann einmal der Transporter. Und zwar klicken wir nochmal hier drüber, hier bei den Koordinaten 69, 40. Jetzt haben wir hier eine Kiste, die ist verschlossen und die können wir darüber öffnen, dass wir einmal hier zur Kiste hinlaufen und dann knien machen. Wir knien nieder und jetzt müssten wir eigentlich die Kiste öffnen können. Jetzt müssen wir mal gucken. Ne, die ist immer noch verschlossen. Gehen wir einen Ticken näher ran. Knien. Ah, jetzt haben wir den Buff bekommen, Beweis der Demut. Und tadaa! Da ist dann einmal das Toy drin, das ich haben will mit dem Namen, den ich hier quasi fast nicht aussprechen kann. Und zwar schimpft sich das Toy Verbundsfähiges Walkyr Diadem. Und wenn wir das aktivieren, dann gewinnen wir Erkenntnisse der Walkyr. Und ich würde sagen, ich habe keine Ahnung, was das kann. Wir lernen es einfach mal und schauen, was diese Erkenntnisse sein mögen. Setzen es mal ein. Und jetzt haben wir einen Buff. Achso. Also jetzt kriegen wir von den Walkyr einfach Ratschläge und Erkenntnisse. Fantastische Kenntnisse und Ratschläge. Okay. Ja gut. Sagt mir jetzt nichts. Vielleicht kann man dieses Toy für irgendwas anderes noch gebrauchen. Vielleicht gibt es andere Rätsel, wo wir dann diese Kenntnis oder den Buff davon brauchen. Einen richtigen Nutzen sehe ich jetzt nicht. Haben wir da... Ah! Okay. Jetzt sehe ich das. Da haben wir diesen Engel. Seht ihr das? Es wurde bloß nicht angezeigt, weil ich hier in der Gestalt war. Ja. In den Gestalten wird es nicht vernünftig angezeigt. Wir haben diesen Engel auf der Schulter. Es gibt ja nochmal einen anderen mit diesem Sündenstein. Da hast du quasi das Teufelchen. Und hier haben wir jetzt das Engelchen auf der Schulter. Das ist doch eine coole Sache. Das sieht auch relativ nice aus. Sieht man aber leider nicht, wenn man in einer Druid-Gestalt ist. Schade, schade an der Stelle. Aber ein cooles kleines Toy. Hält eine Viertelstunde. Und wie lange hat es Cooldown zum Aktivieren? Jetzt gucken wir mal. Zehn Sekunden. Okay. Also ihr könnt es eigentlich durchgehend aktivieren. Das ist doch ein nettes Toy. Und ja. Das war es dann soweit mit meinem Toy-Guide. Ich porte mich jetzt nochmal runter für die Leute, die sich schwer tun, zu wissen, wo die Ports sind. Beziehungsweise es zu sehen. Also wenn wir hier nochmal runterfliegen. Ah. Okay. Ich dachte, der war da hinten. Ne. Der war hier vorne. Der Port. Also ihr seht, wir sind hier reingelaufen. Hier ist der Port. Und da oben ist die Plattform. Gut. Ich verabschiede mich an der Stelle. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tela. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.